Also versuchen wollen, auch Liede zu bekommen, zu formen, natürlich wächst das mal schneller von einem Transikt, also müssen Ihnen auch ein gewisses Feuer mit brennen. Und mal ein bisschen am Ende der Kette angekommen, sie macht bei Jürgen bei der Abitur, sie wird sich zu, hat sich jetzt schon zur Raumfahrt-Digeneurwesen bekannt, sie möchte Raumfahrt-Digeneurin werden und das heißt, es kommt die Universität, es kommt vielleicht auch mal ein Auslandsaufenthalt, was für uns keine Schwierigkeit ist und es kommt dann irgendwann mal das Diplom und vielleicht auch mal noch ein Doktor-Team. Und jemand, der auf diesem Weg ist, möchte ich Ihnen jetzt vorstellen, das ist Natil Rösler aus Chemnitz, studiert im Lehramt Mathe und Physik, möchte Physiklehrerin werden und ist Teil eines ganz interessanten Teams, nämlich des Diale-Teams, welches aufgasbare Antennen produziert, zusammen mit unseren Doktoranten, also einem Jungingenieur der Raumfahrt aus Moskau, den wir hier lang Leipzig geholt haben und der jetzt inzwischen auf dem Weg des VHDs ist. Der ist momentan der Leifschalt bei uns zugescheiden, weil er ein wichtiges ESA-Projekt zu betreuen hat und in der Weg nach der Brandenburg doch recht weit war, in der Zeit der Raumschule sollte das in Zukunft mal besser werden. Und an ihn, die Bühne gehört hier. Applaus! Applaus So, Dankeschön, Ralf. Herzlich Willkommen von meiner Seite, wir sind ja schon hier auf Genie, also wer sich gefragt hat, was das für ein komischer Vogel oder eine rechte Zeige ist, das war ja Genie. Und ja, ich möchte jetzt mal von der anderen Seite ein paar Informationen geben, die schauen mit dem Mikros vor. Okay. Wir sind beide Mitglied im International Space Education Institute, das ist schon seit 2011 und nehmen noch an einem ganz anderen Projekt teil. Manche von Ihnen kennen das vielleicht, das ist nämlich Rexus-Rexus-Programm. Ja, ich würde ja mal gucken, ob man Evgeni hören kann, erst mal Hallo sagen. Ja, hallo. Ah, okay. Geht ja eigentlich, oder? Okay. Also genau, Evgeni wird uns noch ein paar Fragen am Ende mit beantworten können, weil er so ein kleiner Ingenieur ist, ich bin eher eine Öffentlichkeitsarbeit-Tande. Und genau, deswegen ist halt Evgeni hier und jetzt möchte ich Ihnen gerne mal vorstellen, was wir so in der letzten Zeit gemacht haben. Und wir gehen wieder durch den Kollegen vielleicht. Ja, also, und an den Rösten habe ich ja schon gesagt. Und ich möchte gerne erst mal ein paar Worte zu dem Rexus-Rexus-Programm verlieren. Darunter versteht man eigentlich ein Förderprogramm, das Studierende aus ganz Europa unterstützt, ein Forschungsprojekt zu gestalten, welches im, naja, fast Weltraum getestet werden kann. Das wird realisiert durch Paketenprojekte, aber auch durch Ballonprojekte, deswegen Rexus-Rexus, Rocket, Orvaloon Experiments for University Students. Das ganze Programm wird hauptsächlich gefördert von DLR und von der ESA, aber auch von der Swedish Space Corporation und vielen anderen Unternehmen. Und läuft im Endeffekt so, dass man als Spierengruppe sich ein Forschungsprojekt überlegt, was man denn gerne untersuchen würde, sich dann bei dem Rexus-Rexus-Programm bewirbt. Sollte natürlich irgendwas sein, was man eben auch beispielsweise in der Thermosphäre dann testen möchte. Und die Westen werden dann eben ausgewählt, dort teilzunehmen und denen wird sozusagen eine Rakete oder ein Ballon gesponsert, wo eben ein Platz, ein Experimentierplatz freigegeben wird. Pro Rakete kommen vier Experimentierplätze rein, also vier Experimentierplätze pro Rakete. Und zwei Raketen werden zum Beispiel im Jahr gestartet. Und wir haben dieses Jahr am Rexus-Programm teilgenommen, also eben genau an so einem Raketenprogramm. Und zwar mit unserem Forschungsprojekt namens Diana. Das steht für DIPOL Inflatable Antenna Project. Das heißt, wir wollten gerne eine auflachbare DIPOL-Antenne entwickeln und eben testen erstmal, kann man denn eine DIPOL-Antenne erstmal aufblasen im Weltraum? Und es ist möglich, auch ein Signal damit zu senden. So, das war unser Ziel. Und die Rakete wurde eben dann in das Jahr aus Fern, also circa 86 Kilometer hoch gesendet und dort konnte man das dann ausprobieren. Das ganze Projekt hat natürlich über ein Jahr gedauert, also es ging natürlich theoretisch überlegend los. Ich habe heute erstmal so einige Grundideen und auch perfektionistische Ideen, die man sich denn vorstellt, die sich dann im Laufe des Jahres auch immer mehr vereinfachen und umentwickeln, weil dann eben Ideen doch nicht so funktionieren, wie man sich gedacht hat. Aber am Ende ist es ein großer Erfahrungsgewinn für Studierende und eben auch für uns. Und ja, da es so interessant ist, reden wir jetzt mal ein bisschen über. Super. Unser Team besteht aus fünf Studierenden aus der TU Dresden. Also hier rechts unten sieht man mich, über mir ist die Evgeni, wie auch in der Kamera, kann man mal vergleichen. Und die anderen drei Jungs in der Mitte, Timo Fockner, links Ulrich Sorgmayer, unten und oben Timo Zirnstein. Genau, wir haben eben zu fünft an diesem Projekt mitgewirkt, eigentlich von allein oder von eigenen Ideen her entwickelt. Und so sieht die Jane aus. Also das ist unser kleines Experiment, was in der Nase der Rakete platziert wurde und auch relativ groß geworden ist. Wir wollen es eigentlich bestimmt viermal sein haben, aber das hat nicht so funktioniert, deswegen relativ länglich. Und ich würde gerne mal auf ein paar Einzelteile eingehen, worauf man so achten musste, damit Sie sich so ein Bild davon machen können, was steckt eigentlich hinter die Jane. Und zwar gibt es da vier Sachen, die ich mal kurz ansprechen möchte. Zum einen eben dieser waterförmige Rahmen, den man entwickeln musste. Dann hier oben, hinter diesem Rahmen, ist die Antenne versteckt, wo ich auch erzählen möchte, was unsere Idee dazu war. Hier ist eine große Gasflasche, da würde ich, genau, Gas zuvor auch noch kurz erwähnen. Und hier unten ist die ganze Elektronik versteckt. Für die waren eigentlich die anderen drei Jungs, die heute nicht hier sind, verantwortlich. Aber auch da werde ich ein paar Worte verwerben. Fangen wir mal an mit dem Rahmen. Ja, also prinzipiell handelt es sich hier um ein Aluminium-Behäuse. Und die Kniffe, die es hier zu beachten gab, waren beispielsweise, wir wollten also das Ziel war, eine Ripoll-Antenne zu entwickeln, die sieben Meter lang insgesamt sein muss sollte. Also zwei Meter fünfzig in beide Richtungen aufblasbar, also auch nicht sehr stark, sondern eben relativ wackelig eventuell. Und das Problem war beispielsweise, dass beim wieder Eintritt in die Atmosphäre man nicht garantieren konnte, dass unsere Antenne sich mit dem Teilschirm verhält. Also war schon mal das erste Problem, wir können die Antenne nicht wieder mit in die Atmosphäre schicken. Wir müssen die separieren. Das heißt, wir mussten uns ein paar Ideen entwickeln, wie wir die Antenne von unserem Gehäuse losbekommen. Aber die Elektronik sollte ja zurückkommen, da war die Speicherkarte drin, wir wollten Beobachtungen über die Kamera treffen. Und so haben wir dann eben auch so Entwicklungen mit Pyrokuttern und Federn, wie man hier rechts sehen kann. Zum einen unten. Also man sieht, es gibt hier an dem Gehäuse so eine Außenseite, die ist hier unten. Sieht man die raus? Oh nein, sie ist ruhig. Also man sieht, dass das Gehäuse aus zwei Teilen besteht, einem inneren und einem äußeren. Und der innere Teil sollte sozusagen rausgeschossen werden über diese Federn, die mit einem, genau. Und oben drüber sieht man den Trag, der dann mit einem Pyrokutter eben zerschnitten werden sollte, sodass das innere Gehäuse dann rausbringen kann. Das war zum Beispiel ein Hindernis, worauf wir achten mussten, wie man sowas überhaupt realisieren kann. Das dauert in der Weile, ehe man auf solche Ideen kommt, beispielsweise mit den Federn. Und dann eben auch oben, hier sieht man schon schön, oben sind solche Klappen. Aus den Klappen soll später die Antenne rauskommen. Auch diese mussten erst oben geöffnet werden, weil möglicherweise die Antenne nicht schon draußen hängen konnte beim Stamm, sondern die sollte erst oben sich aufblasen. Auch da musste man sich Ideen entwickeln, wie man das später öffnen kann. Auch hier haben wir wieder mit Pyrokatern gearbeitet. Und ja, das ist so viel eigentlich nur zum Gehäuse. Man musste also viele Dinge beachten, damit auch alles so funktioniert, wie man es geplant hatte. Dann zum Thema Gaszufuhr. Wir hatten eigentlich ursprünglich geplant, einen Gasgenerator zu verwenden, um eben Platz zu sparen und Gewicht zu sparen. Aber als es dann gewusst wurde, wie extrem teuer sowas ist, wir haben zwar ein gewisses Budget vom DLR, das sie für unsere Materialien bezahlen, aber so teuer wie ein Gasgenerator war, hätte auch das DLR das nicht bezahlt. Deswegen haben wir uns dann für eine einfache Variante entschieden, nämlich eine Gasflasche, die mit 8 Bar Luftdruck, glaube ich, gefüllt sein sollte. Oder, Jevgeni? Luft. Einsprudel. Ja. Genau, und diese war dann mit einem ganz komplizierten Plan sozusagen zu den Antennen verbunden. Also hier musste man über die Ventilung beachten, dass erst die Antennen wakoniert werden müssen. Weil die logischerweise, wenn die dann die Atmosphäre verlassen, logischerweise sich die Luft in den Antennen sich zum Beispiel ausdehnt, dann Risse entstehen können oder die Antenne kaputt gehen kann. Das heißt, irgendwo muss eine Möglichkeit sein, die Luft aus der Antenne herauszubekommen. Andererseits muss es aber auch möglich sein, die Luft aus der Gasflasche in die Antennen zu bekommen. Dann musste man natürlich noch mit dem Druck berechnen, wie viel Druck brauchen wir denn überhaupt in den Antennen und mit wie viel muss die Flasche gefüllt sein und so weiter und so fort. Das waren alles Gedanken, die wir uns machen mussten. Und wie kann man sich jetzt die Antenne vorstellen? Ich habe vorhin schon die Klappen erwähnt. Wir haben also im Endeffekt besteht unsere Antenne aus zwei Einzelantennen, kann man sagen, die in beide Richtungen gehen und jeweils 3,50 Meter lang sind und insgesamt eine Dipolantenne von 7 Metern Länge bilden sollten. Und Ziel war es eben, dass oben bei dem Paragolflug die Klappen geöffnet werden, die Antenne aufgeblasen wird, mit Kameras beobachtet wird, ob sie aufgeblasen wurde und ob sie auch stabil ist oder ob sie irgendwie schlappert, weil das konnten wir alles nicht vorhersehen. Und dann war auch unser Ziel, damit ein Signal zu senken. Und im Endeffekt kann man sich diese Antennen vorstellen wie so kleine Zylinder aus Stoff, in denen dann das Rad sozusagen eingeschweift werden sollte. Wir haben als Material, als Textil, so eine Nylonstruktur verwendet und von ungefähr zwei Zentimeter Durchmesser. Das Problem war allerdings, dass man keine Röhrchen sozusagen stricken lassen konnte aus Nylon, die so einen kleinen Durchmesser hatten, also rund stricken konnten. Deswegen konnten wir eigentlich nur so rechteckige Teile ausschneiden und mussten diese dann irgendwie zusammenspeisen. Aber auch dafür gab es bisher keine Idee, wie man das irgendwie stabil zusammenbringen konnte. Deswegen waren wir dann selber und ich bin kreativ und haben so eine Art Speismaschine entwickelt aus drei Lötkolben. Darunter eine stabile Struktur, in die man dann eben, wie man in dem rechten Bild sieht, so an dem Zylinder die Nylonstruktur außen reinbringen kann und oben einen dünnen Nylonstreifen drauflegt und das dann gleichmäßig alles einspeist. Und das hat ewig gedauert, das funktioniert hat und ich war auch nicht so sicher, ob das alles funktioniert, aber am Ende, man muss ja immer alles testen, hat diese Idee dann gut geklappt. Hier sieht man mal oben, wie das in Wirklichkeit aussah mit den drei Lötkolben. Und unten kann man eben auch sehen, hier haben wir dann diesen Zylinder aus Textil und innen ist dann der kleine Trat, der die Antenne darstellt. Also dieser Trat wurde sozusagen mit aufgezogen beim Aufblasen. Genau, zu Beginn wurde die Antenne, ob es die Antenne eingepackt werden, da musste man auch aufpassen, dass sie so gefalten ist, dass keine Luftblasen innen drin entstehen können, dass alles halbwegs stabil ist. Und genau, dann haben wir sie im Endeffekt per Hand zusammengefalten, da reingedrückt, musste es gleichzeitig noch vakuumiert werden und wurde dann innerhalb dieser Klappen befestigt. Genau, kurz zur Elektronik. Was man zumindest beachten musste und was dann noch den Bereich waren, den wir uns kümmern mussten, wir brauchten eine ordentliche Kamera, dafür haben wir so eine Heck-HD benutzt, um eben die Antennen auch beobachten zu können. Das heißt, wir hatten Kameras, die in beide Richtungen nach oben gezeigt haben, wo wir die Antennen beobachten konnten. Dann möglicherweise das Mainboard, was dafür verantwortlich war, dass alle Klappen zur richtigen Zeit aufgehen, dass die richtigen Teile zur richtigen Zeit entfernt werden. Und dann brauchten wir noch einen Transmitter, oben rechts, der das Signal sozusagen auch sendet. Und genau, das waren die elektronischen Teile. So sieht uns Diana ausgefragt aus. Hier haben wir sie einmal fertig vor dem Einpacken nach Schweden. Der ganze Stadt findet in S-Range statt, also in Norden von Schweden. Wurde dann dort per Containerschiff mit dem Hintransportiert. Und genau, wir haben das sozusagen das letzte Mal gesehen. Und hier sind wir dann in Schweden angekommen. Das sieht man schon unten, wie das an dem Raketenrumf eingebracht ist. Richtig. Wenn wir ein Signal senden, müssen wir natürlich auch irgendwie sicherstellen, dass es empfangen wird. Dazu haben wir zum einen selber eine kleine Empfangstation aufgebaut. Man sieht also, hier in Schweden ist es ein bisschen kälter. Da lag noch Schnee. Da haben wir unten eine Empfangssituation aufgebaut, um zu gucken, empfangen wir überhaupt das Signal. Und dann haben wir auch zusätzlich noch so einen Radio-Amateur-Contest stattfinden lassen. Haben bei den Funk-Amateuren eine Info gegeben, dass wir zu der, der zeigenden Signalwerke unter der, die was empfangen können, mal eine Rückmeldung geben. Und genau, das waren so unsere Ziele. Da sage ich gleich noch was dazu. Vorm Start. Genau, vorm Start musste man noch so einige Tests machen. Also möglicherweise Flugsimulation einmal für Diana alleine. Also wurde dann ja flugsimuliert, ob alles funktioniert. Hier sieht man Diana ganz links. Und die nächsten drei Teile sind sozusagen die anderen zwei Experimente, wie die Metapher-Rakete sind. Da gab es auch als Test vorher eine Simulation, ob alle miteinander harmonieren, ob sich irgendwas stört. Bevor eben alles wirklich losgehen konnte. Und als diese Tests dann geklappt haben, wurde die Rakete zusammengebaut. Es sah so aus. Und mit Motor so. Ungefähr sechs Meter lang, kann man sagen. Und dann ging es damit in die Thermosphäre. Richtig, ich würde gerne ein kleines Video dazu zeigen, was wir aufgenommen haben während des Fluges, wenn daran Interesse besteht. So. Genau, das sieht man schon mal. Das ist schon mal gut. Und dann können Sie sich mal angucken, was wir für... Ich hoffe, das geht jetzt mal. Aber ich muss meine Mauschen machen. Wir werden schon mal alles sehen. Ach, hier, jetzt sehe ich sie. Und da gucken wir mal an, was aufgenommen wurde. Jetzt ist die Nase noch dran. Jetzt ist die Nase der Rakete abgegangen. Man sieht rechts und links, das sind kleine Spiegel, mit denen sollte eigentlich gezeigt werden, wie sich das öffnet. Die sind dummerweise gestanden. Und man sieht sozusagen, die linke und rechte Seite der Antenne. Und die zwei rechten Blätter sind in der Vergrößerung der Spiegel, aber da sieht man nicht so viel. Genau. Hier ist noch nicht viel passiert, jetzt steigt man nach oben. Stabilisiert sich noch. Ja, also man sieht, es hat sich auf jeden Fall aufgeblasen. Und zum Thema Signal kann ich währenddessen auch mal kommentieren. Ein Signal wurde auch gesendet. Wir selbst haben unser Signal empfangen, genauer darunter. Und zumindest in weiten Teilen von Schweden wurden einige Signale empfangen. In Deutschland ist nichts angekommen, also so gut hat es da nicht funktioniert. War auch, glaube ich, nicht so gutes Wetter. Aber prinzipiell hat das Senden des Signals auch funktioniert, kann man sagen. Das machen wir jetzt mal, und gleich müsste eigentlich die Antenne sozusagen verbariert werden. Das machen wir jetzt. Und jetzt ist die Antenne an der Schicht der Antenne, ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. So. 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 Das Video ist gar nicht mehr so spannend, die Rakete fällt dann wieder runter und die Kamera wird vorher beruhigerweise ausgescheiden. Genau, jetzt habe ich mal den Jafgeni noch groß gemacht. Das erstmal von meiner Seite. Jafgeni, möchtest du uns noch ein bisschen was zeigen, was du da hast? Vielleicht auch kurz von deinem Wechselprojekt oder was auch immer du zeigen möchtest. Oh, yes. Hello once again. Thank you for the presentation. Jafgeni, I'm from Russia. So, I decided to speak in English because I see a lot of international people there. So, I need to also speak in English. Most of them are German, but it's okay. I think the sign is in English, okay? So, I was mechanical engineering this project as a team leader of the other project. And before we did the other project, so I'm doing PhD now in Technical University. And my team are these inflatable antennas. The development of inflatable antennas of everything of this. And before we did the other project, we also had another Texas project. For Loom experiment for students. We also tested the inflatable antennas. So, it should be rigid, consolidated, rigidized. Like, to be hard against the gas outgassing or micrometeorate piercing. So, it should be stable. And you can see here, this is structure, hard structure already cured by the sunlight. And this is a Yagi antenna, so you can see the conducting elements inside. And here, this is also the conducting elements. And it was made of textile coated with TPU against the air leakage. And from the other side, from the outer side, it was curable raisin, which can be cured by the sun. So, it was a successful project. We tested the technology, so the antenna, as it's inflated, could be really hard. And since I'm in university, I have this antenna of parts, which I didn't already talk about. This is actually our structure, or what it was. This is a nylon pipe. Nylon hose would be beat, what let me already explain. And you can see here, it's the welding beat from the structure. This is just a nylon, it was inflated. It's only one part, but the other part is a tear, just a weld. And inside of the antenna is the metal steel weld, which was actually acting like a conducting element. Yes? Okay. You have some mechanical questions from the mechanical side also asked. So, Nadine, thank you very much for the year 2011. She came to us and said, I'm going to do a tour, and I'd like to say, I'd like to say, I'd like to say something. And I said, Nadine, do you know, do you know, what you're talking about? I think, because she had a very good astronomy group in the university, in the gymnasium. And she actually helped us, the three Sundays to find, in which she had already been able to find a collection of exo-planet. With the method, the method... I mean, SIT. I mean, SIT. I mean, SIT-Methode, yeah, okay, that's happened we, yeah. And that was not long ago, as the method first came to the gymnasium. So, maybe two years, maybe two months later, but maybe two or three months later. And that was not good. So, she's already in the age of 16 years in the sexo-planet and now in so a project. And that's why I'm proud to thank Nadine. und sie ist auf dem Weg einer Lehrerin und damit wir sich dahingehend Tatkräfte unterstützen können mit praktischen Möglichkeiten und geben wir ihr natürlich jedes Jahr die Möglichkeit als Teamleiterin neuer Teams nach Amerika zu fahren und auch selbstständig die Teams mit entsprechend anzureiten. Ich denke mir, was Besseres kann man nicht tun dabei und wen Besseres in den deutschen Physikraum kann man sich auch nicht vorstellen als die Nadine. Okay, wenn es Fragen gibt Ihrerseits zur Fiorine und zur Nadine, vielleicht auch zu mir oder zu mir, dann wäre die Zeit jetzt. Nein, würde ich jetzt vielleicht mal kurz ein bisschen anders organisieren wollen. Wenn Fragen sind, würde ich sagen, machen wir es im Forum. Das Forum Schlachtender, denke ich, weil wir noch einen weiteren Beitrag eingeschoben haben und das sind schon ziemlich weit hinten mit dem Zeitplan. Wenn es bei euch ausgeht, weil es uns ein Problem nachstellt, dass wir dann am Ende uns dort hinsetzen und vielleicht noch ein bisschen über das Thema reden. Ja, das einzige Problem ist nur wegen Jefgeni. Jefgeni. Hat jemand an Jefgeni eine Frage? Yes, I'm here. Hallo Jefgeni. Obvious, die war so ein bisschen too complex. Genau, also Jefgeni hat auch die technischen Fragen zu dem, was ich erzählt habe, nochmal beantworten. Genau, also gerne, 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 gerne. Gut, dann scheint zumindest für den Jefgeni-Part nicht der Fall zu sein. Dann würde ich sagen, den Rest können wir dann auch noch beantworten. Tschaui, Jefgeni. So, vielen Dank fürs Zuhören. Eine ganz kleine Sache habe ich noch. Mein Sohn, der Jesko Junior, der hat ein Hörgerät gefunden auf der Treppe. Ist das Ihres? Ja, okay, da ist es. Dankeschön. Okay, schon wieder eine gute Tat. Gut, den hat Ihnen letztlich eine tolle Pressepflanze, die sehe ich schon kommen. Gehen wir jetzt zum nächsten Beitrag rüber. Und hier haben wir Mars 500, eine Mars-Simulation, die ziemlich hart war. Ich habe schon ähnliche Mars-Simulationen gesehen, die meisten halt. Dann stechen wir jetzt ein paar Tage auf. Oder sind da...